Als Unternehmer könnt ihr Betriebsausgaben von euren Umsätzen abziehen und dadurch Steuern sparen. Wie sieht es allerdings mit Ausgaben aus, die ihr tätigt, noch bevor ihr mit eurem Unternehmen startet? Wie ihr diese Ausgaben dennoch in die Steuererklärung hineinbekommt und damit Steuern sparen könnt, das erfährt in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagersbecker, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Und damit jemand überhaupt so weit kommt, seine Firmenstruktur optimieren zu wollen oder zu können, sagen wir es mal so, muss er oder sie natürlich erstmal die unternehmerische Tätigkeit starten. In den meisten Fällen läuft das dann so ab, man hat eine Geschäftsidee, setzt einige Vorbereitungshandlungen, vereinbart hoffentlich auch einen Termin beim Steuerberater, um einige Fehler gleich von Beginn an ab der Gründung zu vermeiden, meldet dann sein Einzelunternehmen beim Finanzamt, der Sozialversicherungsanstalter Selbstständigen und auch bei der Wirtschaftskammer an und startet los, man beginnt mit dem Geldverdienen. Die ersten Einnahmen kommen hier rein, aber es wird auch Geld in Form von Betriebsausgaben wieder ausgegeben. Die steuerlich an den Kantenbetriebsausgaben dürft ihr von euren Einnahmen abziehen. Und ein am Ende des Jahres verbleibender Gewinn wird in weiterer Folge dann mit einer Einkommensteuer von bis zu 55% besteuert. Nun bekommen wir in unserem Kanzleialltag aber sehr häufig die Frage von Unternehmensgründern gestellt, was mit den Ausgaben passiert, die vor der Gründung angefallen sind. Das können zum Beispiel Kosten für Ausbildungen, Reisen, Software, Computermaschinen, Miete für den Geschäftstag, Halle und so weiter sein. Sind diese Kosten verloren? Bevor wir der Sache nachgehen, lasst unserem Kanal bitte ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein weiteres wieder mehr zu verpassen. So, ihr könnt beruhigt sein, denn die Ausgaben, die ihr vor dem Start eures Unternehmens als Vorbereitungshandlungen tätigt oder getätigt habt, die könnt ihr als sogenannte vorweggenommene Betriebsausgaben steuerlich abziehen. Diese vorweggenommenen Betriebsausgaben werden dann in die Einnahmenausgabenrechnung des ersten Jahres aufgenommen und reduzieren euren steuerlichen Gewinn und dadurch auch die Steuerbelastung und die Sozialversicherungsbelastung. Das heißt, wir nehmen es in diese Einnahmenausgabenrechnung des ersten Jahres hinein. Es gilt das Zuflussabflussprinzip, das heißt in dem Jahr, wo ich es ausgegeben habe, in diese Einnahmenausgabenrechnung kommt es herein. Häufig gibt es sich aber die Konstellation, dass der Betrieb am Anfang des Jahres eröffnet wird, die Vorbereitungshandlungen aber noch im alten Jahr getätigt wurden. Zuflussabflussprinzip, da habe ich die Einnahmen, eigentlich gehört es ins andere Jahr. Wie geht das dann oder wie macht man das? Nein, ganz einfach, die vorweggenommenen Betriebsausgaben des Vorjahres werden in einer eigenen Einnahmenausgabenrechnung des Vorjahres berücksichtigt. Wobei Einnahmenausgabenrechnung eigentlich der falsche Begriff ist, weil Einnahmen habe ich ja keine, eigentlich ist nur eine Ausgabenrechnung. Das heißt, ihr habt in dem ersten Jahr, im Gründungsjahr dann einen Verlust in Höhe dieser Betriebsausgaben. Der sich aus der Steuererklärung ergebende Verlust kann mit positiven Einkünften, zum Beispiel eurem bisherigen Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit, verrechnet werden. Wie kann das funktionieren? Ganz einfach, ihr wart bisher angestellt, habt euch nebenbei auf die Selbstständigkeit vorbereitet, jetzt seht ihr nunmehr selbstständig tätig. In dem Jahr, wo ihr auch diese lohnsteuerpflichtigen Einkünfte hattet, könnt ihr diesen steuerlichen Verlust gegenrechnen unter der Voraussetzung als steuerlich anerkannt. Und fällt nicht unter das Thema Liebhaberei. Liebhaberei haben wir schon einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht, könnt ihr euch gerne noch anschauen. Wie gesagt, wird dieser Verlust anerkannt, dann könnt ihr euch auf diesem Wege Lohnsteuer zurückholen, ihr bekommt eine Steuergutschrift vom Finanzamt zurück. Das Finanzamt sponsert somit einen Teil eurer vorweggenommenen Betriebsausgaben. Wichtig hierbei ist ja doch, dass ihr schon zielstrebige Vorbereitungshandlungen für die Eröffnung eures Unternehmens durchführt. Diese Vorbereitungshandlungen müsst ihr aber auch dokumentieren und nachweisen können. Für das Finanzamt müssen diese Ausgaben nämlich plausibel sein. Daher achtet bitte darauf, dass ihr geeignete Unterlagen parat habt. Das wären zum Beispiel die Gewerbeermeldung, Schriftverkehr mit künftigen Geschäftspartnern, eine Prognoserechnung, Finanzierungsvereinbarungen, abgeschlossene Verträge und ähnliches, Mietverträge und so weiter. Tätigt ihr jedoch keine zielgerichteten Vorbereitungshandlungen, dann könnt ihr diese Ausgaben leider nicht steuerlich geltend machen. In diesem Fall zählen sie dann nämlich zum Privatvergnügen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.